Möchtest du meine Freundin werden? Der ist aus meiner Überraschungseisammlung. Deiner Überraschungseisammlung? Alle echten Männer haben eine Überraschungseisammlung. Was ist das für ein neuer Job? Es ist ein alter Job. Nachtwächter in der Gerichtsmedizin. War da nicht vor Jahren mal was mit einem Nachtwächter und einem Psychopathen? Er skalpierte seinen Opfer und hatte anschließend Sex mit ihnen. Ein ziemlich kranke, perverse Scheiße. War es nicht dein Freund, der den Kommissar getötet hat? Er hat ihn erschossen. Wie kommen Sie darauf, dass Wörmer tot ist? Ich will ihn treffen. Der Mann, der meine Eltern töten wollte, sitzt in der St. Hans-Psychiatrie. Lieber Dad, das ist Wörmer. Fick dich, du verwertes Schwein! Sie wurde skalpiert. Das ist Wörmers Handschrift. Woher wissen Sie das? Ist er ausgebrochen? Es ist ein Trittbettfahrer. Sie sind verrückt. Wie ihr Vater. Wie ihr Vater. Das ist Wörmer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020